Hier ist doch alles lebendig heute. Guck mal, wie lecker das ist. Guck mal, das ist jetzt lebendig. Mal sehen, ob er was versteht. Kuddeldudels! Ach, sind die aber niedlich. Guck mal, die haben kleine Bänke. Da müsste man einen mit nach Hause, Peter, in der Badewanne laufen lassen. Und dann beißt du mir einen Finger. Da beißt du aber anders rein, Peter.